Okay, hier alle anzünden, oder so? Ah! Ich bin, ich bin gerade echt durcheinander. Ich bin, ich bin gerade wieder. Guck mal, hier gibt es so lecker Essen. Kannst du nicht den Möhren nehmen? Ach, du Scheiße. Das sieht aus wie mein Ex. Der nächste, mit dem wir uns anlegen müssen. Ab in die Suppe, ne? Die essen kleine Menschenkinder. Wieso kriege ich denn jetzt Kopfschmerzen? So, mal gucken, wie doll die jetzt reinkicken. I don't know. Ich weiß nicht, wohin. Ich weiß nicht, wohin. Ich weiß nicht, wohin. Ich weiß nicht, wohin. Wieso läuft sie nicht mehr? Nein, da komme ich nicht durch. Da muss ich ja auch noch Slalom laufen. Okay, das ist keine gute Idee. So, ich muss jetzt mal sehen, wie das ausschaut mit meiner Konzentration. Okay. Na, tolle Wurst. Okay. 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 Ah, gut sehr gut sehr gut sehr gut. Okay. 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 Eine. 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 eine.